Liebe Leute, willkommen zurück zu Road 96. Wir sind mit unserer dritten Person sozusagen, mit dem dritten Charakter, auf der Reise in Richtung Grenze und hatten eine Begegnung erst mit Alex, dann mit Zoe, die ja gerade verhaftet war und, naja, wegtransportiert werden sollte im Gefangenentransport. Wir haben ihr geholfen, wollten ihr helfen, zu entkommen, das ist uns aber nicht gelungen. Dann wurde aber der Transport überfallen, in dem wir uns dann auch befanden und zwar von John und den Brigaden und die haben Zoe dann mitgenommen, uns aber gehen lassen. Ich bin sehr gespannt, worauf das da hinausläuft, ob sie sie als Geisel benutzen oder für Propaganda gegen das System, von dem ihr Vater ja ein wichtiger Träger ist. So, schauen wir mal, wie es weitergeht. Äh, Infinity. Äh? Was ist das? Ah, Fanny muss... Fanny ist wütend. Fanny muss ein Reifen wechseln, wie es aussieht. Okay. Gehen wir noch mal gucken, was da los ist. Es ist aber ganz schön weit weg. Kann ich hier zwischendurch noch irgendwas machen? Hier vielleicht bei den Kisten. Bei Plakate und Flyer für Flores. Gehen wir wählen. Gehen wir wählen. Hm, warum bin ich so weit weg? Aber das sieht mit dem Baum ja schon irgendwie romantisch aus. Hintergrund, also über uns der Sternenhimmel. Hier dieser beleuchtete, einsame Baum am Straßenrand, mitten in der Wüste. Was ist denn hier los, Fanny? Ist das ne... Kann das ne Luftpumpe sein? Ist alles okay? Das ist Karma. Ich gehe nur spazieren. Ich kann helfen. Ich will über die Grenze. Das sollten wir der Polizistin nicht sagen. Ich kann helfen. Du veränderst das Thema an mich? Well, wenn du irgendwelche Tipps hast, ich glaube, es würde es nicht so schwer hören, zu hören. Ja, äh... Reifen abnehmen? Ich bin sowas wie ein Reifenexperte. Mit was? Mit 14 oder so? Meine Mutter hat mir einen Trick beigebracht. Wir könnten einen Abschleppwagen rufen. Ich bin ein Reifenexperte. Wir könnten einen Abschleppwagen rufen. Wie wär's? Ähm... Ich bin irgendwie neugierig, was dieser Trick sein soll. Dann hab at it, Kid. Okay. Reifen abmachen. Weil ich dagegen getreten hab und tschüss. Hey, don't stop there. The pump's behind you. Das ist ne Handpumpe? Da kann ich doch kein Autoreifen mit aufpumpen. You know, you remind me of my son. He's always fixing things. Völlig absurd. Always breaking things too. Äh... Here. Verschlusskappe. Achso, muss ich in den roten Bereich und dann schnell... Okay, ich kann... Jetzt den Verschluss. Aha! Ja, ich auch. Ja, jetzt regnet's auch noch. Ach, just my luck. Come on, follow me. Will ich jetzt das Auto nicht zumachen, wie lange? Oder... Sollen wir nicht einfach damit wegfahren? Ach, jetzt sag ich... Wo ist denn jetzt da? Yes. So, hier regnet's nicht, weil hier der Baumdrücker ist. Okay, ich verstehe. Glaubst du, die Brigaden und Terroristen? Was denkst du über die Proteste? Äh, sie sind eine seltsame Polizistin? Stimmt was nicht? You could say that. Yeah. You could definitely say that. Wollen sie so überreden? You? That's all right. No offense. Nur weil ich ein Kind bin, wollen sie nicht mit mir reden. Take it easy, kid. Fine. I'll tell you. It's just that my son... My adopted son... Ran away. Oh. Der Alex. Muss schwer sein, der Sohn oder Polizistin zu sein. Hm, schon. Yeah. I guess it can be. But... That's not why he left. I... I knew something that he didn't. A secret. And when I told him, he got upset. Und was war das? I told him, who his biological parents were. Or as much as I know about them anyway. Wer waren sie denn? Dangerous people, kid. Very dangerous. Gefährliche Leute? Ah, solche gefährlichen Leute. Okay. Wow, heftig. Wer sind die Brigaden? The terrorist group responsible for the attack at the wall. Ich verstehe. Darf ich fragen, wie sie ihn adaptiert haben? Ich sollte wahrscheinlich gehen. Nö, wir unterhalten uns mal weiter. Ja. You know about the attack in 86, right? Ja. That's the day I met my son. An dem Tag? Waren es wirklich die Brigaden? Wir wissen ja, dass es die Regierung war. Kid, I'm a police officer. Don't believe the conspiracies. Mhm. Sie waren also dabei, ne? I was working security. Hired to protect Tyrak at the wall opening ceremony. Die eröffnungsfeier der Mauer. Ist das nicht ein bisschen paradox? Was ist das nicht die Schließungsfeier sein? Was ist dann passiert? Klingt unheimlich. The idea. The screams. Everything was just so... Terrible. At some point, I... I looked down and... There was my son. Silent. Covered in dust. Looking up at me. Maybe I shouldn't have. But I... I picked him up and brought him home with me. I just had to make sure he was going to be safe. I had to. Sie hat ihn also gestohlen. Hat er niemanden nach ihm gesucht? I looked in the papers from months after. Searched the missing children reports every day. There was nothing. It's not unusual for brigades to cut ties with family. Glauben, sie sind die Eltern? Truth is, I think they're dead kid. Kill by those rocks. What other explanation is there? I... 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 I deserve all this. I kept the truth from my baby. Warum haben sie es ihm nicht schon früher gesagt? I thought it would hurt him. It did. But... Part of me didn't tell him because I was jealous that I wasn't his real mother. Okay. Tja, schwierige Situation, aber trotzdem ein bisschen weird, dass sie ihn einfach mitgenommen hat. Hat ja schon befürchtet, dass es, dass er quasi vom, von der Regierung aus einer systemtreuen Familie sozusagen zugewiesen wurde. Sowas hat es ja tatsächlich, um mal zum ernsten Thema zu kommen oder das Ganze ist ja jetzt auch irgendwie ernst, hat es ja in der DDR und so weiter ja schon regelmäßig gegeben. Auch im Nationalsozialismus natürlich. Gab es eine, gab es sogar so ein, so ein Erziehungsprogramm oder ein, wie soll man das sagen? Ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben will, aber dass Kinder aus Familien, die nicht entsprechend der Ideologie nun mal waren, entfernt wurden und dann arischen Familien, die nicht entsprechend der Ideologie nun mal waren, entfernt wurden und dann zugewiesen wurden, wo sie dann großgezogen werden sollten, um, naja. Und so weiter, den ganzen Rassen, scheiß. Er wird zurückkommen, ich weiß, dass sie ihn lieben. Ja, das mag ja sein, aber es muss schwer für ihn sein. Na ja, wir sind ihm ja schon begegnet, also, hm. Es klang schon so, als würde er als würde er wohl auch zurückkommen wollen, wenn er seine Suche abgeschlossen hat. Ähm. Pff. Joa. Ich hoffe so. Zentral zu Unit 2, hast du es kapiert? Überraschend. I should get back. Look, kid. I don't know what you're up to out here. Just promise me something. Was denn? Turn around and go home. Okay? Your parents miss you. Ach, Fanny. Ich glaube, sie meinen es gut, aber sie ist ein bisschen zu, zu naiv. Und lässt mich jetzt hier im Regen stehen. Ja, ich habe gerne dir geholfen. Kein Ding. Also, war schon. Du hast deinen Wagenheber vergessen. Möchtest du ihn mitnehmen? Nope. Trampen. Hm. Mr. Taxi-Man vorbeikommt. Mal schauen. Oder Papa Bear vielleicht. Nee. Nee. Niemand, der erwähnenswert wäre vom Spiel aus. Wie bin ich jetzt in dieses Taxi gekommen? Uh-oh. Enjoy the silence. Oh, hier sind auch überall die Dinosaurier-Magazine. Ach, Jared. Hier hat er noch ein Foto von seiner Tochter. Jared, Jared, wenn du nur wüsstest, dass es die Regierung war. Hallo? Quiet, please. Steht da, ne? Oh, nein. Oh, nein. Sorry. Ich habe vergessen, dass du da zurück bist. Also, woher sind wir heute mit dem Happy Taxi gekommen? Äh, nach null. Es ist nicht auf meinem Weg, aber ich werde dich hier einen Weg hervorheben, bevor ich schaue. Du könntest auch ein kleines Paar bezahlen. Du hättest dann Zeit für einen Schnauze. Was? Wenn ich bezahle, habe ich Zeit, um ein Nickerchen zu machen? Gibt es eine andere Möglichkeit zu bezahlen? Bitte was? Ich habe kein Geld. Jetzt sitze zurück und genihe deinen Fahrrad mit einem glücklichen Taxi. Alles, was zu den letzten Kunden gehören. Entschuldigung für den Müll. Was? Äh, das ist doch eine Zeitung für eine Bombe, hm? Mit dem Brigaden-Logo drauf. Wer ist denn zuletzt mit dir gefahren? Wofür steht... Nee. Das ist ein Plan für eine Bombe, das werde ich ihm ja wohl nicht sagen. Was ist das alles? Spray-Dose, eine Kappe. Sonst dann jemand begegnet mit... Wissen wir, wer das ist? Nee, ne? Das ist ein bisschen merkwürdig. Ich kann sehen, warum du das sagst. Die Person hat einiges liegen gelassen. Nicht ein Loch geht bei dir. Ich kann es sagen. Bei der Wege, alles, was ich euch erzähle, ist die Wahrheit. Wir sind heißer Taxi. Aber wir können auch ehrliches Taxi nennen. Die Charaktere... Vielleicht hast du einige Fragen über die Straße. Ich kann dir mit diesen helfen. Äh... Oh, 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 oh. Die Revolution wird stattfinden. Tja. Ich weiß nicht, ob wir nicht vielleicht auch mal das Wahl... Also... Ob wir da auch ein bisschen Einfluss nehmen sollten. Wobei wir ihn ja wahrscheinlich sowieso nicht beeinflussen können, aber... Hm. Was meinen sie denn damit? Nothing. Okay. Hallo Jared, ich guck dir mal über die Schulter, ne? Oh, das macht ihn wütend. Hier liegen Handschellen. Und ein... Was ist das, ne? Kannst du jetzt einen Rekorder oder ein... Was soll denn das sein? Da liegt ne Kassette. Jetzt sitz zurück. Und bleib langsam. Enjoy your ride with happy taxi. Ich wollt gerne noch gucken. Der ist hier hinten... Was der... Der Fahrgast ist im Kofferraum. Äh... Haben sie was gehört? Nein. Ja, ich schon. Haben sie das auch nicht gehört? Sorry. Ich habe es nicht. Ich werde jetzt die Musik aufhören. Gibt es Dinosaurier? Was? Ja, klar. Was seltsames geht hier für sich. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Did you say something? Das war mein Magen. Das war mein Magen. Oh, großartig. Ähm... Das war ich nicht. Oh. Ich sehe. Jetzt wird er wütend. Wissen Sie was? Ja, ich kann aussteigen. Möchte der Person dahinten ja vielleicht helfen. Oh, war nichts. Oh nein. Ich denke, ich habe eine platte Fahrt. Es ist besser ein Blick. Sitzt fest. Okay? Wer wird mich töten? Ich will nicht sterben. Nein, nein, bitte. Was habe ich gesagt, was die Kunden beschädigt? Jetzt kann ich noch schnell die Kassette mitnehmen. Alexander Hacker. Ich kann fliehen, aber ich will dem Typen noch helfen. Oh, look at that. Impressive. Gerald ist auch so eine Knalltüte. Er ist unglaublich. Ah. Jetzt fehlen nur noch Stan und Mitch, die sind noch mal ein Level weiter. Oh. About a girl. Der Truck wird uns John gleich begegnen oder was ist hier los? Liebe Leute, ich bin sehr gespannt. Wir haben nur noch zwei Balken von der Lebensenergie. Wir müssen mal sehen, dass wir schlafen oder essen oder sowas. Da kümmern wir uns in der nächsten Folge drum, liebe Leute. Bis dahin wünsche ich euch immer alles Gute und bis dann, euer Jan. Mal. 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 Mal.